Auf dem Set ziertisch schlägt die Frau. Sie ist am Gebären, ein Szenario des Kraut, will Zeitraum unziehen wehren. Die Hebamme sie weich zurückvoll setzen, während verkrückte Babyhände die Bauch der Götze flitzen. Welch Aborfe ist geburt? Dieses Morph entstellt völlig absurd, halt Mensch, halt dir. Das Krautgeschrecken ist nicht weh's nur, seine Klauen reißen auf die Hebamme. Um den Hals dreht sich die Blutennabelschmur, die Mutter ist der Ohnmachtbar. Kurz vor dem Verrecken sieht sie noch ihre Missgeburt, sie frisst ihre Eierstücke. Lässt sich die Fotze schmecken, sie musste ja betreiben, so Gourmet und so viel Leotis mit Schweinen. Letzte war sie diese Brut, sie frisst ihre Eingeweide, frisst die Titten mit großem Appetit. Das Blut spritzt die Portänen raus und weiter uns sinkiert. Das Monster ist jetzt frei und weht ab. Der geschockte Arzt ist still, die Reaktur wird geschmatzend. Seine Hals aufzureißen, die letzten Blicke des Gynäkologen. Dann hat er ihm schon die Eingeweide rausgezogen. Sodomi, 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 tue sowas nie. Ficke die, mach mit Schweinen. Menschen und Schweine können sich nicht vereinen. Sodomi, Sodomi, grausame Zophili. Zophili, diese Missgeburt ist wirklich absurd. Und sie zieht weiter und badet weiter.